Hallo und herzlich willkommen zum Sternensucher-Podcast. Deine Gute-Nacht-Geschichten für schöne Gedanken zum Abend. Ich bin Mario Mietig und lese für dich heute Folge 3. Wo ist Barney? Erik ist so abgelenkt, dass er die Spritze gar nicht spürt. Als er und Mama nach Hause kommen, flitzt er in sein Kinderzimmer. Das beim Doktor soll nicht Barney gewesen sein? Niemals! Erik schmeißt sich zu seinen Blühstieren auf das Bett. Dort, wo die drei Bären, Bruno, Bummi und Barney sitzen, fehlt ein Bär. Was glaubst du, welcher Bär fehlt? Richtig, der kleinste von ihnen. Barney Erik betrachtet Prono und Bummi. Wisst ihr, warum Barney verschwunden ist? Die Plüschtiere sehen ihn so an, als wüssten sie die Antwort auch nicht. Habt ihr nicht auf den Kleinen aufgepasst? Es sieht so aus, als würde Bummi lächeln. Dann bewegt der Plüschbär ganz leicht seinen Kopf. Gregor, Erik, Essen ist fertig! Ruft Mama von unten. Erik erschrickt, springt auf und hastet zur Tür. Bevor er das Zimmer verlässt, sieht er zu Bummi nichts. Bummi sitzt einfach nur auf dem Bett, bewegungslos. Während des Essens rasen die Gedanken durch Eriks Kopf. Er hat sich bewegt. Bummi hat sich bewegt. Wie kann das sein? Als Gregor in seinem Zimmer verschwunden ist, wendet sich Barney an Mama. Mama, das beim Doktor war Barney. Er ist noch da. Neben Bruno und Bummi fehlt ein Bär. Holst du ihn bitte ab? Mama kann nicht anders als Ja sagen. Erik, ja, ich muss gleich noch etwas für die Arbeit machen, aber ich hole ihn morgen, versprochen. Erst morgen, sagt Erik den Tränen nahe. Es geht leider nicht anders, mein Schatz, aber... Warte, ich rufe Papa an. Vielleicht kann er Barney auf dem Heimweg holen. Mama telefoniert mit Papa. Während sie mit ihm spricht, verschränkt sie die Arme und sieht nicht gerade begeistert aus. Dann legt sie auf. Also Papa kommt heute später nach Hause, aber ich hole morgen Barney für dich ab, Erik. Ehrenwort. Der Arzt öffnet um acht und ich muss... Vielleicht sind die Schwestern schon ein paar Minuten eher da. Warte, ich rufe nochmal an. Mama tippt erneut auf dem Telefon herum, so als würde neben ihr jemand die Zeit stoppen. Erik sieht zu Mama auf und lauscht dem Telefonat. Hallo Frau Helfer, hier ist Kuschel. Ich war heute Morgen mit meinem Sohn bei Ihnen zur Masernimpfung. Und wissen Sie, auf dem Weg zum Wartezimmer habe ich einen Bären gefunden. Ich dachte erst, er gehört einem anderen Kind, aber offensichtlich gehört er meinem Sohn. Ich würde den Bären morgen früh abholen. Bei Google steht, sie öffnen ja um acht. Ich fahre dann zur Arbeit und frage mich, sind Sie vielleicht ein paar Minuten eher da? Das ist nett von Ihnen, Dankeschön. Ja, so ein brauner Bär mit diesem weichen Fell und einer blauen Hose. Okay, danke. Mama sieht ins Leere, während sie auf die Antwort der Schwester wartet. Okay. Können Sie bitte nochmal schauen? Vielleicht ist er irgendwo bei den anderen Fundsachen irgendwo untergegangen. Wissen Sie, so ein kleiner, vielleicht handgroß. Und haben Sie andere Stellen vielleicht, wo er sein könnte? Vielleicht hat ihn die Kollegin irgendwie weggeräumt. Es ging heute Morgen alles so schnell. Okay. Ja, na gut. Dann gehört er vielleicht wirklich einem anderen Kind und wurde schon abgeholt. Ja, Dankeschön. Tschüss. Erik, ich kaufe dir einen neuen Barney. Der Barney, den wir gestern gefunden haben, ist nicht mehr da. Als Erik Mamas Worte hört, zuckt er zusammen. Doch Erik ist klug und denkt nach. Die Fiebe ist weg. Barney ist verschwunden und Bumi hat sich bewegt. Hier passiert etwas Magisches. Wie es weitergeht, erfährst du in der nächsten Gute-Nacht-Geschichte in Folge 4 hier in deinem Sternensucher-Podcast. Und jetzt eine gute Nacht. Dein Mario Mötig Ja, aber es ist das eine gute Zeit. die E-Marsch-Past. die E-Marsch-Past. Und dann müssen wir uns, die E-Marsch-Past. Und dann können wir uns, die E-Marsch-Past. Untertitelung des ZDF, 2020